Herzlich Willkommen zu unserer Pink Waxing Akademie. Mein Name ist Aydin Kiesel-Kaja, ich bin Kosmetikmeisterin, ich leite die Pink Waxing Akademie und bin nunmehr seit über 20 Jahren im Bereich der Haarentfernung tätig. Ich bin absolut von unseren Pink Waxing Produkten überzeugt, weil sie meinen Waxing Alltag erleichtern, weil sich die Produkte sehr leicht auftragen lassen und vor allem, weil meine Kunden völlig überzeugt sind von dem Waxing Ergebnis. Ihr könnt bei uns an der Waxing Akademie euer Waxing Know-how Schritt für Schritt aufbauen und festigen. Dazu könnt ihr verschiedene Trainings buchen, die sind auch maßgeschneidert nach euren Wünschen. Ihr könnt es so aufbauen, wie es für euch passt. So, nun wünsche ich dir einen tollen Start in deine Waxing Erfolgsstory. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.